Musik Sehr geehrte Mitbürgerinnen und Mitbürger, liebe Besucher des Umlands, ich freue mich sehr, dass Sie Bad Grotzingen besuchen. Bad Grotzingen im Frühling ist eine der großen Veranstaltungen des Gewerbeverbands unserer Stadt, der hier eine gute Arbeit leistet und Bad Grotzingen attraktiv macht. Auch die Stadt, Bürgermeister, Gemeinderat und Verwaltung sind sehr bemüht, die Stadt immer attraktiver zu gestalten. Alle Parkplätze sind kostenlos, die Zahl der Parkplätze wurde deutlich erhöht. Die Anbindung durch den öffentlichen Personennahverkehr ist ausgezeichnet. Und jetzt gestalten wir noch die Innenstadt um, dass sie behindertengerecht, niveaugleich und in einer sehr guten Gestaltung für Sie künftig da ist. Im Sommer sind wir fertig und ich hoffe, dass Sie sich dann noch mehr freuen, nach Bad Grotzingen zu kommen. Allen Geschäftsleuten wünsche ich viel Erfolg. Auch die Sicherung der Arbeitsplätze in der Innenstadt ist uns wichtig. Wir selbst haben jetzt auch unseren Spaß in unserer Innenstadt und Ihnen einen schönen Sonntag. Musik 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 Er steht im G-S-Buch der Rekorde, die ich da gerade lese. 21,13. Ja, klasse. Oh mein Gott, ist die Stunde. So, jetzt bleiben wir mal schnell stehen. Jetzt will er auf den Lenker steigen. Ja, hey, 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 hey. Ja, das ist ja Koto für die Presse hier. Steht drin. So, während der Fahrt schaut es euch an. Bravo! Entweder Klavier spielen können oder wie der Horsthoff mal Motorrad fahren können. Dann hat man Erfolg bei der Frau, meine Damen und Herren. Jawohl, was für ein Kameur. Ja, ja, ich hoffe nicht. Ganz einfach ohne Ende. Jawohl. Langsam, schnell, Reise fahren. Alles kann er seitlich. Hier ist er und jetzt auch noch abklatschen. Abklatschen, abklatschen, abklatschen. Ende raus, jawohl. Und nochmal schnell an. Aha. Oh, jetzt fährt sie alleine. So schnell. Unglaublich. Mach doch mal weiter. Komm mal schnell dahin. Auf seiner Viking. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 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 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020